Die RETTA, Österreichs Messe für Sicherheit und Einsatzorganisationen. 15.000 Besucher. 150 Aussteller. 24.950 Quadratmeter Gesamtfläche. Über 600 Fahrzeuge. Spektakuläre Live-Vorführungen. Fachmesse für professionelle Einsatzkräfte und Experten für Sicherheit. Die RETTA bietet umfangreiche Fachinformationen für Entscheidungsträger und Einsatzorganisationen. Die Blaulichtorganisationen bieten eine Leistungsschau auf Top-Niveau. Die Ergänzung durch das Thema Arbeitssicherheit trifft genau den heutigen Bedarf an persönlichem Schutz und betrieblicher Sicherheit. Treffpunkt für alle Einsatzorganisationen und Sicherheitsdienste im In- und Ausland. Markteinführungen, Präsentation und Neuheiten der Einsatzorganisationen auf fast 15.000 Quadratmetern. Österreich-Premiere Firefighter Challenge. Retta-Welt sucht den härtesten Feuerwehrmann Österreichs.